Hallo und diesmal schauen wir uns an, wie werden Errays normalerweise initialisiert, welche Alternativen gibt es und was heißt das eigentlich für Memory und Performance. Also hier geht es wirklich um Feinjustierung der Performance-Themen, wenn etwas richtig verdammt oft gemacht wird. Und ja, wir schauen uns das wieder an mit dem Benchmark.net. Also wenn es interessiert, dranbleiben. Es ist nicht ganz so offensichtlich, was im Endeffekt die schnellste Art und Weise sein wird beim Allokieren von Speicher. Machen wir mal folgendes. Wir machen uns eine Size, ein Property hier. Und in dieser Size, die wollen wir dann also Errays in verschiedenen Größen machen. Und dazu gibt es hier Params. Sagen wir, wir machen ein Array mit 100 Elementen, mit 1000 Elementen und mit 100.000 Elementen. Und das wollen wir uns anschauen. Also im Benchmark empführt ihr jetzt aus, einmal für 100, einmal für 1000, einmal für 100.000 Elemente. Und wir machen eine Methode, die das klassische New, so wie man es im Allgemeinen lernt, einfach mal macht. Also IntArray. Data ist gleich NewIntArray von Size. Dann machen wir als nächstes einen Allocate. Das ist ein Benchmark. Auch das hier herum, das New, ist ein Benchmark. So, wir machen hier IntArray. Ist gleich, wir lassen den Garbage Collector Allocate Array machen. Wir sagen den Garbage Collector, wir hacken gern ein Array mit der entsprechenden Größe. Und dann bekommen wir auch ein initialisiertes Array. Es gibt aber auch eine andere Art und Weise, Allocate Uninitialized. IntArray Data ist gleich GC. Allocate Uninitialized Array. Auch mit der Size. So, dieses Uninitialized heißt, du gibst mir den aktuell freien Speicher, wo das eben Platz hat. Ich werde die Werte dann schon beschreiben. Hier bekomme ich das Array auch initialisiert mit lauter, immer mit einem Standardwert, also in dem Fall mit lauter Nullen. Und bei New kennen wir auch, dieses Array hat dann die entsprechende Größe und überall das Null drinnen. Also den Wert Null drinnen. Jetzt gibt es aber auch die Version, wenn ich nicht konkret ein Array verwenden muss, sondern einen Spam verwenden kann. Dann machen wir einen Test für Spam. Benchmark. Dann kann ich auch sagen, okay, allokiere mir das entsprechend. Data ist gleich auf den Stack. Stack Alloc. In Size. So, und diesen Benchmark, den führen wir jetzt mal aus. Wir haben hier diesen im Program Sess mit Running Benchmark Runner Run und jetzt die Klasse Array Performance. Das ist die, die wir jetzt gemacht haben. Und dann schauen wir uns mal an, welche dieser Methoden ist schneller oder speichereffizienter oder beides. Das Ausfind dauert etwas. Hier wird es wohl so, dass ich das kippe. Ach ja, war schon wieder Blödsinn. Nicht vergessen, wenn wir Performance messen, stopp Debugging. Wenn wir Performance messen, unbedingt auf Release kompilieren und Debug start without Debugging. Damit er nicht den Debugger hier anschmeißt und das auf Debug macht und so. Das wird die ganze Performance zusammen haben. Also warten wir mal auf die Ergebnisse. Dauert jetzt ein paar Minuten. So, jetzt sind die Ergebnisse da. Hat ein paar Minuten gedauert. Und wir sehen hier, dass die Spam Initialisierung doch signifikant schneller ist, als das normale Array Initialisieren. Un-Initialized und Allocate. Allocate dauert sogar ungefähr doppelt so lang in diesem Beispiel. Und wenn die Daten größer wären, sehen wir, dass erstmal weniger Unterschied ist. Wo sich aber einiges tut, ist beim Speicher, der zusätzlich dynamisch allokiert wird. Denn mit Stack Alloc haben wir eben diese dynamische Allokierung so nicht direkt. Also diese Spam Option ist durchaus eine gute Idee. Vor allem dann, wenn man das Array nachher beschreibt. Und das machen wir jetzt mal. Wir gehen hier wieder rein. Wir verwenden das Array auch mal. Und sagen, okay, vor id gleich 0. i kleiner, Data Length, i++. Und schreiben einfach an die Stelle i den Wert i rein. So, machen das nochmal. Bei allen, damit natürlich der Code gleich ist. Und wir lassen das wieder mal laufen. Debug start without debugging. Jetzt über das Array iterieren, also drüber laufen. Dann sehen wir, dass der Unterschied beim Spam unten nicht mehr so groß ist. Bei den kleinen Werten mit 100 Elementen. Allerdings interessanterweise signifikant schneller wird, wenn wir hier mit Spam arbeiten und 100.000 Elemente im Array haben. Wenn wir einfach nur drüber iterieren. Was wir natürlich gleich haben, ist das Thema, wie viel Speicher allokiert wird. Also, das Arbeiten mit Spam und Stack Alloc macht durchaus Sinn. Deswegen ist es hier so, dass man irgendwelche Werte hat, die man dann in das neue Array rein kopieren will. Also, habe ich jetzt mal Folgendes gemacht. Ich habe hier ein Array, Existing Data, globales Setup, dass das mal initialisiert wird vom Benchmark.net. Und dann habe ich die Methoden kopiert. Also, die New geht einfach Element für Element durch und setzt den Wert. Bei New Copy, also alle die Copy heißen, wird das Array entsprechend da rein kopiert. Und gleich ist bei Allocate, Allocate Copy, bei Allocate Uninitialized, Allocate Uninitialized Copy. Beziehungsweise bei Spam können wir nicht einfach so kopieren, aber, oder auch doch wieder, aber nicht mit Array Copy, sondern mit Array Copy To und dann in den Spam rein. Und dann schauen wir uns wieder mal an, was heißt denn das vom Ergebnis. Ich habe es schon mal laufen lassen und hier sieht man im Endeffekt, wenn man Element für Element durchgeht, dauert es ungefähr, immer etwas, immer ungefähr doppelt so lange. Also New und New Copy von 85 Nanosekunden zu 37 Nanosekunden. Allocate, Allocate Copy. Beim Spam und Spam Copy ist es sogar noch, ja, noch viel mehr. Wir sehen es auch unten bei den größeren Daten, durch diese Copy-Funktion ist es einfach im Allgemeinen schneller als beim Normal. Witzig ist, wenn ich große Werte habe, dann ist es beim Spam nach wie vor signifikant schneller. Bei den anderen hier oben da, wenn ich 100.000 Elemente habe, dann ist es interessanterweise gar nicht mehr schneller. Ganz im Gegenteil, da ist es sogar, vielleicht sogar einen Tick klein. Ich würde mal sagen, das ist statistisches Rauschen, das ist noch okay. Also es ist nahezu gleich schnell, wenn ich den Memory kopiere, wie wenn ich hier einfach drüber iteriere, über das Element. Na, vielleicht könntest du ja selbst ein paar Experimente machen und ein paar Erkenntnisse daraus generieren, um zu sagen, okay, wie will ich zukünftig was machen und welche kleinen feinen Tricks helfen mir dabei.